willkommen auf meinem youtube-kanal und dabei ist mein kollege wie spielst du ohne clash royale was ist mein deck überhaupt noch mal leise ist nervt muss mein deck erst mal finden das könnte auch gern kopieren sowieso scheiße das deck ist nicht scheiße ich weiß damit habe ich mich so krank der teuer muss man jetzt schon sagen wie viel geld hast du eigentlich ausgegeben crash real noch gar nicht der ganz erleichter also der ganz arme junge spaß irgendwas habe ich vergessen mini petrachen jetzt lass es lass dann gleich noch sportplatz wir machen lassen später noch gehen und dann videos aufnehmen und leute abonniert abonnieren nicht vergessen bitte abonnieren glocke aktivieren und socken inhalieren lesen sie die packung und arten sie in art so late poker ja das heißt doch so mein apotheker das ist schon so ein laser machen jetzt brauche ich ein kusch auf einfach einfach der erleichter erleichter pecker der erleichter hause wo ist pecker wo ist der typ peckers hier auf meiner bank benutze doch ne der ist die boden und der drache das baby drache der kopf war ein buch lebe sagt man sich gar nicht und dann hat man sich fertig machen die du aber mein kollega was attack und treten oder ja das holt diesen scheiß tun doch endlich mal am besten nicht beleidigen sonst wirst du gedacht ich weiß aber ich glaube so schlimm ist es jetzt noch mal wenn du kennst weißt du was ich meine ja wo beleidigt ja die ganze zeit seine kinder sagt man wer wer ist bester youtuber jetzt schaust du am meisten dich selber ja aber müsste bisher bisher ist das eigentlich ich weiß eigentlich erst essen ja sport zu pick up und ebabs kommen jetzt gleich Zeig mal. Hier die E-Babs. E-Ber, wie heißen die? Elite-Babbern, aber alle nennen sie E-Babs. Ich hab noch nie Clash Royale gespielt. Oh, da kann man auch echt noch ein bisschen verbürdet sein. Ich fühl das irgendwie gar nicht. Hihi-hihaha. Meine ganzen Einheiten sind eigentlich jetzt schon weg. Hihi-hihaha. Hihi-hihaha. Ich spiel nur Clash of Flats. Ja, wegen dir. Ich hab das größte Scheißdorf. Digga, was macht ein Ehrer für eine Scheiß? Machst du gleich Hihi-hihaha? Hihi-hihihi-haha. Wenn ich mein in dem Spiel. Jetzt kann nur noch der Henker was machen. Boah, lass gleich noch FIFA zacken. Ja, erst im Video dann aufnehmen. Ja, okay. Scheiße, Digga, was ist das? Was hat der Typ für ein krankes Steak, Digga? Junge, ich verkackigert, ab nochmal. Hä? Uff. Weißt du, warum Amerikaner so schlecht in Clash Royale sind? Weil sie schon zwei Tümmel verloren haben. Ja. Ich muss kurz gespielen. Nee, ich bin ab nochmal scheiße gerade. Gleich kommt Hihi-hihaha für ihn, ich schwöre. Mach mal einen anderen. Ich hab richtig viele. Nur zur Info. Ich kenne, wir liegen gerade einmal noch im Bett, weil wir am Ende faul sind. Ja, ist so. Ist doch so. Ja. I hate my life. F in die Kommentare an den gefallenen Bruder. An welchen gefallenen Bruder? An mich. Weil du verloren hast? Weil ich gerade am Abkacken bin. Weil dein Decks zu krank. Ja, eigentlich, das geht. Ich hab erst mal... Der Typ, der sich dreht. Wie heißt der? Ja, dieser mit dem Schwert da. Kreisel. Hinterrecker, meinst du? Keine Ahnung. Der mit dem Schwert, der sich dreht. Der mit dem Schwert. Ja, der so macht so... Wir haben einen Kreis. Da gibt's keinen. Doch. Nicht der. Der ist Umarant-Typ. Ach, du meinst den Henker. Ja, klick schon. Angriff. Männer. Zeig mal den Henker, ich mag den sehen. Hier. Ich spreche mal. Die da oben müssten jetzt eigentlich vielleicht im Turm. Dreht der sich jetzt? Nein. Oh, der hat sich doch mal... Jetzt Pekka! Pekka? Du musst mich beeilen, Digga. Angriff. Mach nochmal hier. Nein, du musst mich beeilen, Digga. Bitte. Geh weg. Ich muss Schaden an den Turm machen, aber ganz schnell. Der ganz schneller? Ja, der. Ich hab verloren. Den mein ich. Das ist fast da. Ich hab verloren. Weil, der guckt sich der Schaden jetzt. Hihi, ja. Oder? Nein. Er hat verloren, weil sein Turm als erstes weggeht. Ah! Ah! Ja, okay. Ich hatte 100 HP. 100! Hihi, ja. Ja, und damit endet das Video mit einem... Hihi, ja. Nein. Cool. Tja, Leute, bis wir mögen oder keine Ahnung, aber wir haben Morgenschule.